Die Grünen fordern tatsächlich eine neue Art des Wirtschaftsens. Damit gehen sie in die komplette Dystopie in Deutschland und machen es in Unternehmen hier nur noch schwerer, sodass die Wirtschaft sich komplett verabschieden wird, die noch hier geblieben ist. Und damit moin zusammen, wir machen eine Analyse zu dieser Situation. Ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo da lassen. Und wir sehen, dass der RND, also Redaktionsnetzwerk Deutschland, hat hier mit dem umweltpolitischen Sprecher der Grünen, das ist von der Bundestagsfraktion hier der Jan-Niklas Gesenhöß, ein Interview geführt. Und er hat ein paar Aussagen getroffen, die wirklich zum Nachdenken anregen, positiv, wirklich berechtigt. Aber auf der anderen Seite sind diese Ideen und Vorstellungen wieder mal so abstrakt und nicht durchdacht, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Es heißt, Grüne fordern Ressourcenschutzgesetz. Wir leben massiv über unsere ökologischen Verhältnisse, wie es hier heißt. Und das ist ganz interessant. Ich muss dem Mann hier definitiv an der Stelle mal recht geben. Es ist wirklich absoluter Schwachsinn, was die Grünen hier von sich geben. Insofern, dass wir ein Heizungsgesetz von Robert Habeck im Sommer auf den Tisch gelegt bekommen haben, wodurch intakte Heizungen teilweise dieses Jahr, teilweise im nächsten Jahr ausgetauscht werden und bereits wurden, die noch voll funktionsfähig waren. Wir haben ein GEG, ein Gebäudeenergiegesetz, das besagt, dass Heizungen nach 30 Jahren, egal ob sie intakt sind oder auch nicht, ausgetauscht werden müssen. Vielleicht sollten sich die Grünen ressourcenschonend mal überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, dort anzusetzen, dass nämlich intakte, funktionierende Heizungen nicht rausfliegen müssen. Das ist doch der Schwachsinn. Oder ein weiteres Beispiel. Wir gucken uns die verschiedenen Automobile in Deutschland an. Wie kann es denn sein, dass ein Auto, nur weil es relativ alt ist, vielleicht natürlich auch nicht den perfekten heutigen Standards, beispielsweise im Dieselbereich, hat sich über die letzten Jahre sehr, sehr viel verbessert und entwickelt, so dass da zahlreiche tolle Filter drin sind und alles. Worauf ich hinaus möchte, dass ältere Fahrzeuge immer höher besteuert werden, seit Jahren hinweg schon, dadurch unattraktiv werden, was machen die Leute? Die verschrotten die Autos teilweise, verkaufen sie billig, ins Ausland gehen sie dann teilweise, nach Polen beispielsweise, wo dort die Regierung die Bürger nicht so drangsaliert wie hier, oder gehen nach Afrika und fahren dort munter noch 10 Jahre oder gar 20 Jahre weiter diese Fahrzeuge. Das sind neue Ressourcen, die gebraucht werden, um neue Autos zu produzieren. Vielleicht könnte man da mal ansetzen, liebe Grüne. Aber nein, die Idee sieht folgendermaßen aus. Zitat Wir brauchen ein Ressourcenschutzgesetz auf Bundesebene, um den Ressourcenverbrauch in Deutschland rechtssichtlich zu begrenzen und zu reduzieren. Wir leben massiv über unsere ökologischen Verhältnisse. Und jetzt kommt's. Jährlich verbraucht Deutschland 16 Tonnen Rohstoffe. Beispiel Verpackungsmüll. Pro Kopf verbrauchen die Deutschen 240 Kilogramm Verpackungsmüll. Und damit stünde Deutschland zweiter Stelle in Europa. Das müssen wir korrigieren, um die Umwelt zu schützen und nachfolgende Generationen nicht zu belasten. Ihr spricht hier von 240. Interessant ist der Hinweis hier unten. In dem Zitat hieß es, dass die Deutschen 340 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf verbrauchten. Es sind allerdings 240. Wir haben das korrigiert. Und ist jetzt die inhaltliche Korrektur passiert? Oder war das ein Tippfehler von der Redaktion? Frage ich mal an der Stelle. Sprich, weiß der politische Umweltsprecher hier von den Grünen noch nicht mal, wie viel hier wirklich verbraucht wird? Ich kann es nicht beurteilen. Es steht nicht genauer dabei. Wir sehen hier von 2020 hieß es, es sind 227,5 Kilogramm, die jeder Deutsche pro Kopf hier jährlich verbraucht. Und wir sehen im Vergleich 2000 zu 2018 eine Steigerung im Papierbereich. Und das ist ja eigentlich sehr toll wiederverwertbar, Papier. Das kann ja wieder aufbereitet werden und so weiter. Das ist ja nicht das Problem. Kunststoffe, klar, da ist einiges passiert. Hochgegangen, Glas ist zurückgegangen, Metall ebenfalls und sonstige, was auch immer dazu zählt, sind hochgegangen. Allerdings ist es doch interessant, wenn wir uns diesen internationalen Vergleich speziell für Plastikverpackungsabfall und wenn wir uns das angucken für das Jahr 2020 in blau gehalten, sehen wir, dass Deutschland bei 39,71 Kilogramm ist. Und hier gibt es zahlreiche Länder, wie man sehen kann, die noch bedeutend mehr Plastikverpackungsabfall produzieren, in Anführungsstrichen, im Verhältnis zu uns Deutschen. Warum müssen immer und immer und immer und immer wir Deutschen hier direkt wieder die Vorreiter sein und unsere Wirtschaft es damit bedeutend schwerer machen? Denn, wenn man sich das Ganze anguckt, hier bei den Grünen vom Bundestag, sieht man das vom 28. September-Bereich, ein hybrides Fachgespräch hat stattgefunden für mehr Ressourceneffizienz vom linearen zum zirkulären Geschäftsmodell. Der erste Satz ist schon ganz interessant. Handy, T-Shirt, Waschmaschine, viele Dinge gehen heute schnell kaputt und landen im Müll. Unser hoher Verbrauch an Ressourcen bringt den Planeten an seine Grenzen. Wir wollen raus, dass der Wegwerf Gesellschaft und rein in die Kreislaufwirtschaft, wie es hier heißt. Denn im nächsten Punkt sehen wir jetzt hier unten, nach der Vorstellung des Umweltpolitikers sei eine Obergrenze nötig, sprich eine Regulierung, die stattfinden soll für beispielsweise Kies und Sand, verbindliche Minderungsziele bis 2030. Jedes Ressort ist dann aufgefordert, Reduzierungs- und Einsatzquoten für jeweilige Branchen umzusetzen. Zu deutsch, es gibt Strafabgaben, es gibt Verbote, dass du nicht mehr produzieren darfst, du musst Strafen bezahlen, CO2-Steuer haben wir ja schon bereits. Aber nein, das Ganze geht noch weiter. Dafür bietet sich eine Umweltabgabe an, die pro Tonne Material anfällt. Ein marktwirtschaftliches Instrument für die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs. Und jetzt erklärt mir das mal gerne in den Kommentaren, wie soll jetzt der Umwelt geholfen sein, wenn es jetzt hier zum Beispiel ein T-Shirt ist, das in der Türkei, in Bangladesch beispielsweise oder in China produziert ist, dass wiederum bei uns in Deutschland hier eine Obergrenze eingeführt wird. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch schlichtweg absoluter Schwachsinn. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Das funktioniert doch hinten und vorne einfach nicht. Das ist doch wieder mal nur eine Gängelung und eine komplette radikale Kur gegen unsere deutsche Wirtschaft, die dadurch natürlich massiv leiden wird und riesengroße Probleme bekommen wird. Darauf müssen wir uns doch alle mal verständigen, dass es dazu kommen wird, Leute. Es glaubt doch nicht wirklich einer von euch, dass bei den G7 oder von mir aus auch bei den G20 auch nur ein einziges Land da mitmachen wird und das Risiko eingehen wird oder ist ja kein Risiko, es ist eine Bestätigung, dass die Wirtschaft damit im eigenen Land so drangsaliert und kaputt gemacht wird. Darüber sind wir uns doch alle im Klaren, dass das wieder mal bei uns in Deutschland massiv Probleme bereiten wird. Aber gut, wenn man es natürlich aus der Sicht sieht, wenn man hier die Produktion in Deutschland komplett brachlegen möchte, das wird funktionieren, ganz klar. Und wie viele Sachen, wie viele Strafen und Strafsteuern etc. sollen denn noch kommen? Wir haben doch bereits eine CO2-Steuer. Wir haben bereits eine Mauterhöhung erlebt. Wir haben bereits die Plastiksteuer zum 1.1. Wir haben so viele Nachteile in diesem Land, die natürlich bei dem Endkunden oftmals ankommen wird und die Wirtschaft, die dazwischen steht, wird sich sagen, Produkt XY lohnt sich nicht mehr zu produzieren. Ich gehe ins Ausland, produziere es dort oder mache hier einfach komplett den Laden dicht, weil ich keine Lust mehr habe. Denn es funktioniert einfach nicht. Das ist doch die Realität, Leute. Mit solchen absolut schwachsinnigen Forderungen wird das Ganze nur noch mehr beschleunigt. Jetzt schreibt eure Meinung unten rein. Ich bin gespannt drauf. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.